Was geht da ab? Hier ist Udo von Music bei VGL.de und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr 808 Kick Drums so abmischen könnt, dass sie aggressiv klingen und sich auch auf kleineren Speakern, das heißt auf eurem Smartphone, auf eure kleinen Bluetooth Box oder auf Omas Küchenradio gut durchsetzen können, beziehungsweise überhaupt hörbar sind. Denn manchmal hat man ja das Problem mit dem Sub-Bass, dass du in deinem Studio denkst, boah, das rumst richtig fett, dann gehst du zu deiner Oma in die Küche, hörst dir deinen Song nochmal an und denkst, scheiße Mann, wo es in der Bass ist, deine Oma ist auch völlig enttäuscht und genau mit diesem Problem möchte ich dir heute helfen und dir zeigen, wie du deine 808s abmischen kannst, beziehungsweise die grundlegende Technik dafür und dafür spiele ich euch mal den Song hier vor und zeige euch dann, was ich gemacht habe und wie das Ganze funktioniert. Zeig mir bitte einen, der hier so spitten kann, wegen dem sich jeder die Karriere knicken kann, du willst tanzen, hör dir diesen Rhythmus an, jeder ist am Nicken, der noch nicken kann. Ist also wirklich eine sehr aggressive 808 Kick Drum, ich zeige euch jetzt mal, wie sie ohne die Effekte klang. Ja, klingt natürlich subbiger, hat natürlich mehr Tief-Bass, aber wenn ich sie jetzt im Track abspiele, ohne die Effekte, die ich drauf habe, wird sie wahrscheinlich untergehen. Wenn ihr Kopfhörer aufhabt, werdet ihr sie höchstwahrscheinlich gut hören, aber wenn ihr kleinere Speaker benutzt, so wie ich sie auch zum Abmischen benutze, werdet ihr merken, die Kick verschwindet völlig im Mix. Zeig mir bitte einen, der hier so spitten kann, wegen dem sich jeder die Karriere knicken kann, du willst tanzen, hör dir diesen Rhythmus an, jeder ist am Nicken, der noch nicken kann. Ja, und sobald ich sie wieder zugeschaltet habe, verändert sich der ganze Charakter des Songs, er bekommt mehr Drive, die Kick treibt den Song mehr nach vorne, macht den Song aggressiver und das ist auch genau das, was ich hier erreichen wollte. Und gemacht habe ich das, indem ich auf die 808 harmonische Verzerrung draufgelegt habe. Das, was ich auch bei Vocals und allen anderen Instrumenten gerne mache, habe ich hier einfach mal völlig übertrieben. Ich habe hier einmal den Waves Cobalt Zafira, das ist einfach so ein Harmonic Enhancer Plugin, wo du wirklich ganz genau einstellen kannst, welche harmonischen möchtest du hinzufügen, die geraden und die ungeraden und dann die auch entsprechenden Pegel einstellen kannst und zumischen kannst. Und zusätzlich zu dem, ich spiele es einmal nur mit dem Cobalt Zafira ab, jetzt einmal ohne und wieder mit. Ja, das macht jetzt eigentlich wirklich nur einen kleinen Unterschied, aber wenn ich jetzt diesen Songzamp hier noch hinzufüge, das ist so eine Art klassischer Gitarrenverzerrungseffekt, der glaube ich schon seit den 90er Jahren in Pro Tools integriert ist. Ihr könnt es aber auch mit anderen Gitarren, Ampsimulationen versuchen. Wenn ich den jetzt noch hinzuschalte, bekommt die Kick wirklich dieses aggressive, nach vorne treibende und dreckige, sage ich mal. Also ich habe hier eigentlich so einen richtig krassen Gitarren-Overdrive drauf, kann bei diesem Plugin sogar hier mit Bass, Punch und Crunch bestimmen. Also Bass stellt hier sozusagen die tiefen Frequenzen dar, Punch die mittleren Frequenzen und Crunch die hohen Frequenzen, kann hier nochmal untereinander regeln, wie viel Verzerrung ich in den einzelnen Bereichen möchte und so wirklich meine Kickdrum eigentlich nochmal richtig designen, sodass sie perfekt zum Song passt. Und hier wollte ich eben so eine aggressive Kick haben, weil sie den Song auch nach vorne treiben soll und dem Song auch mehr Ausdruck verleihen soll. Das soll für heute reichen. Ich glaube, ich habe euch hier eine Grundlage gezeigt, wie ihr eure 808s abmischen könnt. Natürlich gibt es da verschiedene Wege und zu jedem Song passt es anders. Natürlich kann es auch immer so eine smooth, subbige 808 brauchen oder die kann ganz cool sein bei so einem chilligeren oder smootheren Vibe. Aber meistens möchte man natürlich, dass die 808 auch auf deinem Smartphone oder auf kleineren Boxen hörbar ist und da ist diese Technik ganz sinnvoll. Du kannst es aber auch ein bisschen subtiler machen, indem du zum Beispiel diese Gitarren-Amps oder diese Verzerrungs-Plugins auf eine Parallelspur legst, also deine Spur duplizierst oder auf einen AUX sendest und dort dann die Verzerrung drauf legst und das dann einfach nur zumischst. So hast du noch bessere Kontrolle darüber, wie viele Obertöne du in deiner Kickdrum haben willst. Mich würde auch interessieren, wie ihr das macht, was ihr für Techniken habt, wie ihr eure 808s abmischt und bin dafür sehr offen und auch sehr interessiert und hoffe, wir können uns ein bisschen austauschen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war es für heute. Udo von Music bei VGL.de. Für mehr Tutorials schaut auf meine Website vorbei oder schaut euch auf meinem Kanal um. Es kommt ständig neues Zeug dazu und wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Song und mit einer neuen Technik, die ich euch vorstelle. Bis dann. Peace out. .